Die Sensation, der Chef der größten Zeitung Deutschlands, der Bild-Zeitung, nähert sich der Perspektive der next-scientists-for-future.de an. Das müssen Sie sich anhören, ja. Also sozusagen, da ist so ein Stück die Ahnung, ja hoppla, was ist, wenn das sich alles als ein riesiger Irrtum rausstellt, nämlich, dass man sich auf die Experten, die vermeintlichen Experten verlassen hat und damit vielleicht verraten und verkauft war, weil, wie wir beweisen, immer wieder beweisen, Und diese Experten müssen sich irren, weil eben der erste Früharzt der Geschichte hier, der sagt die Wahrheit, ja, ihr müsst einfach nur einen gesunden Lebensstil haben und dann seid ihr gegen alle möglichen Viren gefeit. Und hier, der irrt sich, der tausendste Früharzt der Evolution, irrt sich und sagt, ja, nee, ihr könnt ruhig den ganzen modernen krankmachenden Lebensstil, das ist alles nicht schlimm, die ganze krankmachende Ernährung, das könnt ihr alles essen und so weiter. Nein, ihr werdet krank, weil die Viren allmächtig sind, weil die Viren und Bakterien super stark sind und das Einzige, was euch fehlt, sind unsere Impfungen und unsere Tests und unsere Chemotherapien, Bestrahlungstherapien, Operationen und so weiter. Ja, und aufgrund dieses Irrtums hält er die Menschen im krankmachenden, immunschwächenden Lebensstil fest, sozusagen verdient sehr viel, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder hier und so weiter. Und so entsteht eine ganze Großfamilie an Medizinprofessoren, die alle im Rahmen der Marktwirtschaft notwendig gewinnbringende Irrtümer tragen, notwendig Hypochonder sein müssen. Das können Sie sich alles nochmal gründlich in allen anderen Sendungen hier anschauen, auf diesem Sender und da sozusagen müssen Sie sich klar machen, die Medizinprofessoren von heute, die normalen durchschnittlichen Medizinprofessoren, und ich spreche nicht von den Ausnahmen, wie sie bei den NextScientistsForFuture.de vorkommen oder bei, oder die Ausnahmeerscheinungen wie Dr. Wodak und Co., die 120 Mediziner und Professoren, die gesagt haben, da stimmt doch was nicht, Leute, das ist ja, und machen wir uns nochmal klar, Ja, der normale Mediziner ist im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Medizin aufgrund seiner gewinnbringenden Irrtümer notwendig ein Hypochonder. Und mit dieser Hypochondrie wurde die Politik angesteckt und auch die Medien großteils angesteckt. Und der Bild-Chef ist jetzt der erste große Medienchef, der sagt ja, hoppla, hoffentlich haben wir uns da nicht alle total geirrt. Und ich muss anschließen, ja, es wäre besser gewesen, liebe Bild-Zeitung, wenn Sie sich gleich an so richtige Experten wie die NextScientistsForFuture.de gewendet hätten, dann hätten Sie sich diese, diese, hätten wir uns da vielleicht ganz viel ruiniertes Deutschland ersparen zu können, können, ja. Ja, so, wo finden wir jetzt, also Corona-Exit, ja, das ist jetzt die Frage, wann kommt jetzt vielleicht doch hoffentlich der Exit, ne, aus den Maßnahmen, ja. Und hier schauen wir es uns an, also bei jedem Video anzuklicken, die Homepage der NextScientistsForFuture.de. Und wenn man dann hier zum Beispiel auf Kontakt geht, kann man sich hier unten sozusagen, kann man sich es anschauen. Dann sieht man auf dem Sender NextScientistsForFuture findet man als erstes schon mal hier das Bild-Video von dem Chef, Bild-Chef. Und dann kann man sich auch hier bei der Weltrat der Weisen, kann man jetzt auf Playlists gehen und schon hat man als erstes Video das Bild-Video, ja, und kann es sich anschauen. Oder man geht hier auf News and Talks for the Educated, dann hat man hier schon gleich an der zweiten Stelle hat man dann hier auch schon wieder das Bild-Video, ja. Also schauen Sie es sich unbedingt an, hören Sie es sich dreimal an, ja, da ist jemand nachdenklich geworden und fragt sich, könnte es nicht sein, dass die Experten, die sich ständig hin und her geirrt haben, dass sie sich vielleicht bei allem irren, ja, könnte es nicht sein. Und deswegen nochmal mein Hinweis, ja, es ist so, dass der normale Medizinprofessor ist wegen dem marktwirtschaftlichen Gesundheitswesen notwendigerweise ein Hypochonder, der jede Krankheit um das X-Fache in der Gefährlichkeit überschätzt, das ist normalerweise nicht wahnsinnig gefährlich, es führt normalerweise nur zu viel Operationen, zu viel Medikamentenverschreibung, zu viel unnötigen Operationen und Maßnahmen und so weiter. Das fällt nicht so groß auf, aber es kann jetzt sein, dass diese Neigung zur Hypochondrie sozusagen diesmal das ganze Land ruiniert hat. Na, und das sickert jetzt vielleicht erstmals durch. So viel nur diese, das war das Einzige, was heute interessant war. Und so viel also zur heutigen Sondersendung der Wissenschaftlichen Tagesschau. Ich verweise auf die anderen 440 Sendungen und auf die vier Homepages. Tschüssi.